So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke und was muss ich sagen, Niantic wirft wieder mal alle Pläne, die ich hatte, über den Haufen. Eigentlich Mittwoch, Raid Boss Wechsel, Community Raid, wird nix. Eigentlich Mittwoch, Raid am Mittwoch, die Highlights der Woche, Schocker der Woche, wird nix. Jetzt nimmst du am Mittwoch auf, dass du Raid am Mittwoch am Donnerstag rausbringst, Mittwochabend kommt aber diese Meldung, Megarei quasi. Also mach nur ein Infovideo und heb dir den Rest auf, musst du die nächsten Tage dann nix mehr machen. Das heißt Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, Samstag Sea Day und das Video mit dem Community Raid vom Mittwoch kommt dann Sonntag. Und dann ist schon wieder Montag, ey. Und dann bin ich im Urlaub eine Woche bis Freitag, obwohl ich gar nicht in Urlaub fahren darf, weil ich am Mittwoch einen Termin habe und jetzt einen Antrag stellen musste, damit ich vielleicht doch da hin kann. Und wenn ich nicht hin kann, dann kriege ich kein Geld mehr und dann, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall wieder sehr kompliziert, aber ich kann ja nicht einfach Pupsi alleine da mit Jonas und Marie gehen lassen. Da muss man ja als Mann an der Seite stehen. Da verzichtet man auch lieber auf alle Grundexistenzen, die es so gibt. Jetzt aber genug von mir. Wir gehen rein ins Event und sagen, was war da denn los? Normalerweise bin ich ja ein Fan von Raid Days. Ich freue mich immer auf Raid Days, wenn es noch ein Raid Ticket gibt, wo man dann auch noch 8 zusätzliche Pässe hat, so den 5, 6 Pässen, die man an dem Tag kriegt. Das ist immer richtig cool. Rausgehen, Stream machen, mit Freunden zusammen raiden, euch einzuladen. Ihr ladet mich ein, ich kann nicht annehmen, aber ich lade euch trotzdem ein, dass ihr bei mir mitmacht. Das ist ein Raid Day, das gab es ja mit diversen Mega Raid Pokémon, das gab es mit Proto Kyokre, das gab es mit Proto Groudon. Jetzt wurde Mega Raid Quaser angekündigt und ich habe mich so gefreut. Endlich Mega Raids, also Mega Raids mit Mega Raid Quaser an einem Raid Day mit 14 kostenlosen Pässen, 2 Stunden lang rumlaufen, raiden, streamen, wird fett. Der Yendik macht aber einen Strich durch die Rechnung, denn es ist kein Raid Day, es sind Top Raids. Das heißt, ich spiele nicht mit euch, ihr spielt nicht mit mir, ich bin alleine, ich weiß gar nicht. Es gibt keine Forschung, es gibt keine Pässe, es gibt keine, du kannst nichts kaufen, kein Ticket meine ich, nicht 14 kostenlose Pässe. Wenn ich mir vom Vortag den Pass aufhebe, habe ich an diesem Tag dann also genau 2 kostenlose Pässe. Und kann versuchen, 2 Raid Quaser Raids zu machen. Ob da die Energie ausreicht, um dann mal eins zu entwickeln, das weiß ich nicht. Das wird auf jeden Fall sehr kompliziert, wieder mega stressig, wenn man so gefühlt alleine ist und nur von Fan Raid Kumpels lebt. Aber das Problem haben bestimmt viele. Hier steht sogar noch oben drüber, so ganz rotzfrech, Mega Raid Quaser erobert weltweit den Himmel in neuen Top Raids. Jetzt denkt man, neue Top Raids. Der Beschiss, der Beschissenheit hat sich also geändert und mittlerweile kann das jeder nutzen und ist richtig cool. Heißt Top Raids jetzt also, dass es wirklich an einem Tag ist, in verschiedenen Zeiträumen auftaucht. Also damals war es ja 11, 14, 17 Uhr. Immer halbe Stunde Top Raid. Aber nur an X-Raid Arenen, aber nur vor Ort neue Top Raids. Was haben sie denn geändert? Dass das jetzt nicht mehr 11, 14, 17 Uhr ist, sondern 12, 13 und dann 16, 17 Uhr. Also es gibt 4 Zeitabschnitte und nicht nur 3 Abschnitte. Und dass nicht die Raids nur eine halbe Stunde gehen, sondern 45 Minuten gehen. Das wird ja immer besser. Dass es glaube ich aber nur an X-Raid Arenen ist, in Grünanlagen und Parks, das ist glaube ich geblieben. Und dass man nur vor Ort raiden kann, dass man nicht einladen kann, dass man nicht über einen Fan Raid mitmachen kann. Wir also nicht streamen können und gemeinsam Spaß haben können, das ist leider geblieben. Also Top Raid, Megarei Quaser, erscheint zu den folgenden Zeiten häufiger bei Top Raids. Samstag, den 29. Juni, das ist sowieso gleich, 12 Uhr, 13 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr. Ich würde 12, 13 Uhr also versuchen, oder 12 Uhr versuchen, zwei Stück zu machen. Vielleicht halt dann kurz mit Video dann schnell hochladen oder irgendwas. 17, 18 Uhr bin ich dann raus. Ich habe nur einen Pass. Was? Free-to-Play, steck kein Geld rein, das war's. Es gibt trotzdem aber eine Forschung. Ich habe zwar gesagt, es gibt keine Forschung, aber es gibt kein Ticket, aber es gibt eine Forschung. Kostenlose, befristete Forschung. Während des Events erhaltet ihr eine kostenlose Forschung. Für den Abschluss winkt ein Meteorit. Meteorit brauchst du, um Raid Quaser, die Attacke Zenitstürmer zu erlernen. Und nur wenn es die Attacke Zenitstürmer kann und du genügend Mega-Energie hast, kannst du es mega entwickeln. Jetzt weiß ich, was muss man in dieser Forschung denn machen? Da steht dann dort, gewinne 10 Mega-Requaser-Rates. Also, dann bin ich mit der Forschung sowieso schon wieder komplett am Ende. Dann gibt es natürlich hier wieder im Webstore, gibt es Sachen. Was sind Top Rates? Wird hier nochmal erklärt. Noch mal ganz wichtig, der Satz, es ist nicht möglich, mit Fan-Rate-Pasen an Top Rates teilzunehmen. Also, 45 Minuten ist das Ding da, statt 30 Minuten, das ist anders. Ihr habt also mehr Zeit, euch zu organisieren, aber nur vor Ort. Und ich finde es schade, denn einen Mega-Rate-Day hätte ich absolut gefeiert. Aber so wird es halt nur ein Krampf und das Nötigste vom Nötigen. Vielleicht trifft man ja doch den einen oder anderen, der gemeinsam mit mir wenigstens zwei Mega-Requaser-Rates machen möchte. Aber vielleicht sind die meisten auch in Zaragoza, weil die da immer irgendwie sich treffen und Spaß haben, habe ich gehört. Das soll wohl ein guter Ort zum Raiden sein. Jo, dann mache ich halt zwei Mega-Requaser-Rates, gucke, ob ich die schaffe. Samyang, Uldak und Habanero-Lime sind am Start. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Bock? Was hättet ihr besser gefunden? Raid-Day oder Top-Rates? Ganz ehrlich, ich kenne die Antwort. Wer jetzt was anderes sagt, bitte dann mit Begründung, wieso ihr Top-Rates so genial feiert mit eurer 20-Mann-Community. Das ist okay. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und das ist das Video für Donnerstag.